Mein Name ist Marcel und als ich zu den Bayern gewechselt bin, seitdem hört man von mir ja einfach nichts mehr. Zweite Türchen der Adventskalender auf meinem Kanal. Bis zum 5.12. werde ich die beiden Panini-Adventskalender eröffnen. Ab dem 5.12. sind hoffentlich dann noch zwei weitere Adventskalender dabei, nämlich die Matchtakes-Adventskalender. Gestern gab es das erste Türchen und ich hoffe, ihr habt heute auch den Fußballer erkannt, weil ich mache ja jedes Mal so ein kleines Quiz am Anfang des Videos und sing ein Weihnachtslied und verbau quasi ins Intro noch ein kleines Quiz. Also Leute, wir gehen rein ins zweite Türchen. Heute starte ich mit der FIFA 365 Tür und wir starten mit einer, wieder einer einzelnen Karte und das ist Edinson Cavani als Game Changer. Und die Game Changer sind extremst, extremst schön designt aus meiner Sicht. Also wirklich, Game Changer, Edinson Cavani. Sieht schon heftig aus. Legen wir mal da hin. Jetzt müssen wir den Adventskalender hier runterstellen. Der ist aber so riesig, Mann. Und gehen zum Premier League Adventskalender. Der Premier League sieht so aus und die Nummer 2 ist Arsenal. Ja, perfekt. Jetzt habe ich noch Aston Villa aufgemacht. Nein, wollte ich nicht. Äh! Es ist wieder ein Pack mit dabei. Das Pack, was ein bisschen gebogen ist. Aber wir machen es auf. Und was haben wir drin? Wort haben wir drin. Adama Traoré Lightning. Game Breaker von Declan Weiss. Online-Code geht wie immer raus an euch. Zack. Dann haben wir Elneni. Trossar. Gerhard. Und Jordan A. Yu. Das war's, Jungs. Das war's mit dem kurzknackigen Adventskalender-Video. Lasst ein Like, da lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns später wieder bei einem weiteren Video. Haut rein und tschüss. Und dann sehen wir uns später wieder bei einem weiteren Video.